Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Am Abend des 1.9. erfolgte die Meldung, dass einer der größten und erfolgreichsten Hedgefonds, nämlich Millennium Management, mehrere Millionen Ape-Aktien gekauft hat. In diesem Video schauen wir uns diese Meldung und die Hintergründe an und betrachten auch noch die offenen Fragen, die dazu bestehen. Bleibt dran, wenn ihr Interesse habt. Wir steigen also ein ins Filing und hier ist es wichtig zu wissen, dass es sich um ein 13G-Filing handelt. Das wird im weiteren Verlauf noch wichtig, weil dieses Filing an sich doch ein bisschen offene Fragen hinterlässt. Ein 13G-Filing wird kurz gesagt dann notwendig, wenn ein Investor mehr als 5% der ausstehenden Aktien eines Unternehmens innehält. Haben wir zum Beispiel bei Vanguard und BlackRock oder früher bei Wanda, die einfach relativ hoch in AMC investiert waren. Und wir schauen noch mal kurz. Es geht um AMC Entertainment, passt. Und es geht um die Ape-Aktie, also um die AMC, Preferred Equity Units Ape. Das stimmt auch mit der QCP überein. Und das Ganze hat stattgefunden. Also dieser Event, somit sollte mit höchstwahrscheinlich der Kauf dieser Aktien gemeint sein, fand statt am 24. August. Und ab jetzt wird die Sache ein bisschen komplexer, aber auch interessant. Und das Ganze, was wir uns jetzt angucken, wird wirklich noch die ausschlaggebende Frage in den nächsten Tagen sein. Denn es geht auch darum, wer ist genau eingestiegen und insbesondere, wie viele Aktien wurden jetzt letztendlich tatsächlich von diesem Unternehmen gekauft. Und zwar, wir haben insgesamt vier meldende, in Anführungsstrichen, Personen bzw. Unternehmen. Nummer eins handelt es sich um ICS Opportunities. Die haben ca. 23,64 Millionen Ape-Aktien gekauft. Das entspricht einem Wert von 4,6%. Und diese 4,6%, wenn man das auf den Load von Ape umrechnet, passt das relativ gut mit diesen 23 Millionen Aktien hier überein. Da bräuchten wir nochmal hier eine Stelle hinter der 6, dann kann man sich das eigentlich relativ gut erklären, dass diese 23 Millionen 4,6% vom aktuellen Float der Ape-Aktie sind. Somit sollte damit auch mehr oder weniger ausgeschlossen werden können, dass es sich um zusätzlich ausgeschüttete Ape-Aktien handelt. Das heißt, wir wissen ja, es sollte 516 Millionen Aktien von Ape insgesamt geben, da der reguläre AMC-Float aus 516 Millionen AMC-Aktien besteht. Und wie ihr auch wisst, gibt es im Hintergrund erstmal noch 483 Millionen Ape-Aktien, die AMC relativ schnell und einfach ausschütten oder verkaufen könnte. Offenbar wurde diese Reserve noch nicht eingefasst, sondern es wurden die bestehenden Aktien verkauft. Ist natürlich jetzt die Frage, wenn wir davon ausgehen, dass wir den Float halten, vielleicht auch mehrfach, woher kommen die Aktien? Das kann man so jetzt leider schlecht bewerten, soll jetzt auch nicht das Thema sein. In diesem Filing gibt es außer ICS oder den Eintrag von ICS jedoch noch drei weitere Einträge für drei unterschiedliche Personen bzw. Unternehmen, nämlich Millennium Management LLC, Millennium Group Management LLC und Israel Englander, der übrigens der CEO und Gründer der Millennium Group ist. Diese drei letztgenannten aufgeführten Personen bzw. Unternehmen haben jeweils 24,5 Millionen Ape-Aktien gekauft. Würde man nun also alle Positionen zusammenrechnen, kommen wir ganz grob auf 97 Millionen Ape-Aktien, die bestätigermaßen durch dieses Filing gekauft worden sind. Somit bleibt jetzt auch ein bisschen der Interpretation überlassen, wie viele Aktien jetzt tatsächlich hier zusammengerechnet werden dürfen. Wir müssen nur in Erinnerung behalten, dass dieses 13G-Filing nur dann ausgefüllt wird, wenn die Schwelle von 5% der ausstehenden Aktien, die damit gehalten werden, überstiegen wird. Somit ist davon auszugehen, dass wir mindestens 47 Millionen Aktien hier in Betracht ziehen müssen, wenn nicht sogar bis zu 97 Millionen Aktien. Das heißt, warum ist das Ganze so interessant und auch interessanter als ein normales Investment in Höhe von ein paar hunderttausend oder in der niedrigen Millionen Anzahl bei den Aktionären. Und zwar zum einen, weil sich diese Firma speziell Ape-Aktien angeeignet hat und nicht AMC-Aktien in diesem Fall. Wobei wir hier sagen müssen, Millennium ist schon längere Zeit long auf AMC. Das heißt, mit dem letzten Filing hatten sie gemeldet, dass sie im Besitz von 2,8 Millionen AMC-Aktien sind. Die Call-Optionen wurden verkauft, es waren aber auch nicht viele, betraf 18.500 Aktien, wenn es mich nicht täuscht. Und wir schauen jetzt so mal ein bisschen die Investment-Historie von Millennium bei AMC an. Und zwar, die haben schon eine längere Historie bei AMC. Interessant wird es dann eigentlich wieder ab dem 30.09.2021. Hier ist Millennium wieder bei AMC eingestiegen mit 307.000 Aktien. Und über den Lauf der Monate haben sie ihre Position erhöht. Und letzter Stand, 30.06. haben sie insgesamt 2,8 Millionen AMC-Aktien im Portfolio gehabt. Wir sehen also, sie sind immer weiter, haben sie ihr Investment in AMC erhöht und mit 2,8 Millionen Aktien steht man ja jetzt bei AMC wirklich nicht irgendwo in der unteren Riege, sondern das ist dann schon ein Haufen für einen Einzelinvestor, der jetzt nicht auf ETF-Basis investiert ist in AMC. Um das Ganze dann auch ein bisschen mehr einordnen zu können, schauen wir uns noch mal die größten Investoren bei AMC an. Und wir müssen bedenken, diese Call-and-Put-Option können wir erst mal streichen, da es ja eben Optionen sind und keine Aktienposition. Und somit würde Millennium-Management bereits jetzt schon unter den Top 6 der investierten institutionellen Anleger bei AMC gelten. Ja, jetzt kann man sagen, ist doch nicht sonderlich wichtig oder toll. Diese Nachricht liest man ja immer öfters oder in der Vergangenheit immer öfters gelesen, solche Meldungen. Aber jetzt muss man auch sagen, Millennium ist eben nicht ein 0815 Investment oder Hedgefonds, sondern er rangiert unter der Top 4 der größten Hedgefonds, die es überhaupt gibt. Sie haben insgesamt 52 Milliarden Assets an der Management und sind somit doch ein recht großer Brocken in diesem Teich, den es da gibt. Und wir haben hier die Übersicht der Top 10 Hedgefonds und wir sehen auch den bekannten Hedgefonds Citadel, der nur Stand 2021 37 Milliarden Assets under Management hat. Somit gibt es da doch noch einen ordentlichen Abstand zu Millennium und somit scheint es, dass AMC und damit auch wir einen relativ großen Player am Markt auf der Longseite für AMC und jetzt auch für Ape haben. Millennium ist auch recht erfolgreich, kann man sagen, in ihrem Segment. Gilt auch als einer der erfolgreichsten Hedgefonds. Und wenn diese Long gehen auf AMC und auf Ape, sollte das prinzipiell kein schlechtes Zeichen sein. Diese Umstände wurden vom Markt aus meiner Sicht recht positiv aufgenommen. Wir sahen nach Börsenschluss bei AMC einen positiven Kursverlauf und kurze Info, es sind hier nicht die normalen Candles im Chart aufgeführt, sondern die Heikin Aschi Candles. Aber auch bei Ape hatten wir nach Börsenschluss ein schönes Plus. Das heißt, der Markt hat diese Meldung prinzipiell positiv aufgenommen. Wir werden schauen, wie sich das Ganze weiter ausspielt. Es tut sich was. Es ist ein gutes Zeichen. Ein großer, erfolgreicher Investor ist eingestiegen. Hoffentlich auch über einen langen Zeitraum hinweg und hoffentlich mit den besten Intentionen. Es wird übrigens gesagt, er ist als passiver Investor eingestiegen. Das ist eigentlich auch nochmal ein positives Zeichen. Wenn wir es richtig interpretieren, bedeutet das, dass ein passiver Investor nicht mit der Intention eingestiegen ist, irgendwie eine Übernahme von dem Unternehmen einzuleiten oder zu viel Einfluss zu nehmen. So mal ganz grob erklärt. Das ist zum aktuellen Zeitpunkt noch ein bisschen schwer einzuschätzen. Ich danke herzlich Holgi und insbesondere auch Pete. Gerade mit Pete habe ich mir die letzten Stunden um die Ohren gehauen, um einfach so ein bisschen zu recherchieren und zu schauen, was es mit dieser Meldung auf sich hat. Und die amerikanischen Apes haben das noch nicht wirklich aufgegriffen. Es gibt hier nur sehr oberflächliche Vermutungen. Im Lauf des Tages wird sich sicherlich noch einiges tun. Und wir bleiben an der Sache dran. ist für mich ein positives Zeichen aktuell. Und es tut sich was, verliert nicht die Hoffnung. Wir wollten immer Action haben, wir wollten Meldungen haben, wir wollten News haben. Jetzt haben wir die nahezu jeden Tag. Tut sich gerade was. Ich bin sehr gespannt, was sich da noch in den nächsten Tagen ergibt, wie sich das Ganze ausspielt, wo wir vielleicht in einem Monat stehen werden. Ich finde, es macht Spaß, die ganze Sache zu betrachten und darüber auch zu rätseln, mit euch zu kommunizieren. Und von daher würde es mich freuen, wenn ihr eure Meinung oder auch die neuen Erkenntnisse in den Kommentaren da lasst. Ich bin am Freitag relativ stark eingebunden und kann daher nicht die weiteren News oder Erkenntnisse daraus ziehen. Daher schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn es da was Neues gibt. Und ansonsten jetzt schon mal ein schönes Wochenende euch allen. Bis bald. Ich freue mich mega, dass du bis zum Schluss drangeblieben bist. Willst du so ein bisschen Danke sagen, lass doch gerne ein Like da oder zum Beispiel ein Abo, falls noch nicht geschehen. Ansonsten ist jetzt deine Zeit gekommen. Du kannst in den Kommentaren der Community und mir deine Meinung, deine Gedanken zum Thema mitteilen. Ebenso kannst du da Themenvorschläge einbringen, was vielleicht in neuen Videos behandelt werden soll. Dort gehört auch konstruktive Kritik hin oder ein fetter Hasskommentar, wenn ich dich in irgendeiner Form und Weise getriggert haben sollte. Danke. Danke.